Böse Menschen haben in der vergeblichen Suche nach Eisen die Waldungen mit Qualm und Unrat entfällt. Wollt ihr mir beistehen? Ich will diese Mälder vom Eisenton zerstören. Sicher werden wir euch helfen. Ihr wollt mir helfen? Dann lasst uns die Leute finden, die unsere Mälder verschandeln. Rasch, sie müssen bald bestraft werden. Okay, tut mir leid, aber wir sind voll. Wir machen das trotzdem mit Fäder. Also gut, aber vergesst nicht, was ich euch gelehrt habe. Gebt mir Zorg gegen all jede vor, die die große Mutter bedrohen. Ejo. Noch ein Tagebuch, ein Tag. Ein Mädchen namens Faldon hat mir erzählt, dass das Basis lang des Eisentons im Osten liegt. Wir haben zugeschrieben, Faldon beim Kampf gegen die Leute, die den Mantelwald nicht verschmutzen, zu helfen. Diese Leute der Eisenton leben in einer Festung im Osten. Genau. Ah, das ist mal wieder so ein Druid. Die Zivilisation ist fern, Stadtbewohner. Ihr könnt der Gerechtigkeit nicht entkommen, solange ihr euch in Sichtweite des Schandruinen befindet. All jene, die Mitglieder in traditionellen Druidenorten sein wollen, müssen unseren Zorn begegnen. Genau wie alle, die die Natur beschmutzen. Ich erkenne ja hierhera unter euch. Toll gemacht, hierhera. Zweifellos hat sie euch zu ihrem fanatischen Ansichten bekehrt. Ihr den Menschen mit der Natur in Harmonie lieben. Solche Ansichten zeugen von Schwäche und müssten ausgelöscht werden. Ihr habt euch mit Feinden der Schattenruiden abgegeben und dafür seht ihr sterben. Okay, ein Schattenruide. Spüre meine magischen Geschosse. So viel zu dem. Der war wohl etwas übermütig und war nicht mal gut ausgerüstet. Ja, tut mir leid, Kumpel. Dementsprechend hat er auch nicht so viele Erfahrungspunkte gegeben. Muss ja halt mal passieren. Oh, und da ist wohl seine Behausung, seine Hütte. Ja, ein Baumhaus. Also kein Haus in einem Baum, sondern ein Haus aus einem Baum. Schauen wir uns mal hier drinnen in Ruhe um. Ach, er hatte das Geld bei sich. Eine verschlossene Truhe macht mich mal stutzig. Tränke sind auch immer gut. Was ist das für einer? Traktor Freiheit. Hat so einen noch jemand? Ja, du hast da oben den Trank der Freiheit, wobei ich nicht weiß, was du denn gebrauchen könntest. Das ist doch ein Heiltrank, ein Gegengift. Kann jetzt, wenn da ist voll, dann kommt das halt zu Minsk. So. Pfeile haben wir nicht mehr. Viele Schleuderkugeln halten sich auch in Grenzen. Den Stab können wir nicht identifizieren. Noch nicht, jedenfalls. Dann gucken wir mal ein Stockwerk höher. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Oh, hallo. Ja, du bist eher damit beschäftigt, rumzuzappeln. Ja, nichts leichter als das. So hat es leider auch nicht viel Erfahrungspunkte. Und auch nicht viel Glück mit uns, Kumpel. Tut mir leid. Hm. Du bist ja ein Kumpel. Ich hab genug davon. Da ist nichts drin. Ich schätze mal, du Ruin trank der Lebenskraft. Das ist was, was sie benutzen könnte wohl eher. Weil der steigt, soweit ich weiß, die Lebenspunkte für... Ach so, Konstitution auf 18. Super, sie hat Konstitution von 18. Nein. Könnt ihr den irgendwer gebrauchen? Münz könnte den gebrauchen. Du kannst keine Verwundbarkeitstränke benutzen. Dann kommt der mal zu dir. Habe ich irgendeinen Trank hier? Spiegelaugen vielleicht. Feuerodem. Heldentrank kann sie noch nicht benutzen. Dann kommt der Feuerodemtrank mal zu dir. Und zehn magische Schleuderkugeln. Hm. Sehr freundlich. Gut. Okay. Dann wäre er wieder raus hier aus diesem... Druiden... Hort. Gucken, ob der Schwarzbär jetzt verschwunden ist, der hier drüben war. Nein, er hat sehr viele Freunde mitgebracht. Okay. Die können wir die umgehen irgendwie. Wenn ich da darf, immerhin kurz wieder im Schattenmodus das Stück aufdecken. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Schattenverstecken gelungen. Sehr schön. Dank dem ganzen Zeug, was sie trägt. Weil wir haben ja eigentlich List gar nicht gesteigert bei ihr. Aber trotzdem hat sie eine List von 85. Dank der Stiefel der List. Und dank der Schattenrüstung. Schattenverstecken plus 15. Listbonus plus 35. Also... Ganze 50 Punkte. Ist doch gar nicht so unübel. Unübel. Okay. Wir sind gleich am Nordrand angekommen. Dort dürfte auch nur Küste sein. Genau. Oder was heißt Küste? Da müsste der große Fluss sein. Und erzudem ist hier der Wald zu dicht, als dass wir weiter nach Norden durchkommen. Ah, hier scheint er nicht mehr ganz so dicht zu sein. Mich kümmert's. Ich hab genug davon. Hallo, Bär. Ah, aber hier scheint er wieder dichter zu werden. Ja, gut. Okay. Noch mehr Bären. Und die machen wir mal wieder einen großen Bogen. Und da scheint der Weg weiter zu gehen. So. Großen Bogen um die Bären gemacht. Und immerhin kann man wie immer sich im Schatten verstecken. Das ist ja zum Glück auch Nacht. Da kann sie sich noch besser im Schatten verstecken. Kann man kurz hier gucken, ob bei den Bären was Interessantes ist. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Gut. Da sind zwar Flecken da oben, die wir nicht aufdecken konnten. Ah, wieder ein Höhlenbär. So. Gut, der Höhlenbär wollte wohl ein Häppchen von Imoen oder Jena hier abhaben. Aber der ist so glücklich so weit gekommen, weil die nicht sehr schnell sind. Wir sind im Allgemeinen auch ein bisschen langsam im ersten Teil. So, jetzt gucken wir uns mal östlich des Schatten drüben Baums um. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Damit wir das hier auch noch aufdecken. Ah, wir sind bald bei nur noch 10.000. So. Da oben scheint auf jeden Fall was zu sein. Eine Art Höhle oder so. Vergreift euch nicht an der Natur. Oder sie vergreift sich an euch. Ihr seid doch Freunde von Jaira, nicht wahr? Sie gehört den Druidenordnern, der Seniat nachfolgt. Das ist einer der drei Erztruiden. Ich teile ihre Denkweise jedoch nicht. Wegen ihrer pazifistischen Doktrinen werden weiterhin Grausamkeiten gegen die Natur begangen. Nehmt zum Beispiel diesen Narren im Nordwesten der Tiere einfängt und sie für seine lieren Zwecke missbraucht. Als Schattendruide kämpfe ich darum, dass die Natur unberührt bleibt und die Gesellschaft keinen Lebensraum mehr hat. Dass sie mit Angst und Schrecken erreicht werden und die naive Sicht der Hiras und ihre Anhänger muss ausgerottet werden. Okay, noch so ein verrückter Schattendruide. Okay, der ist schnell gestorben. Aber er hat irgendwas von einem Typen gefaselt im Norden, der Tiere einfängt und für schändliche Zwecke missbraucht. Vielleicht hier in der Höhle. Hm. Jedenfalls scheint ich ja hier irgendwelche Tiergeräusche aus der Höhle zu hören. Also gucken wir da mal rein. Oh, ja? Linkwurm, Baby. Ich entschuldige mich, aber ich muss euch leider ein andermal helfen. Nur weiter, Freunde, hier gibt es nichts zu sehen. Nur einen einfachen Waldbewohner, der ein bisschen die Höhen erforscht. Habt ihr Räuber oder ewig hoch angenehm gestalten hier in der Nähe gesehen? Was wollt ihr hier? Sagt erst gleich, bevor ich euch umbringe. Das ist aber ein seltsamer Ort, einem Waldbewohner zu begegnen. Habt ihr ja keine Angst vor dem jungen Windnummern hinter euch? Er versteht einfach nichts von Holz und allem, was damit zusammenhängt. Diese Wesen sind friedlich und das Risiko lohnt sich. Ähm, sogar die dunkelsten Höhlen können eine lohnende Erfahrung für einen Waldbewohner sein, der sich selbst gut kennt. Warum? Hm. Unterirdische Bäume liefern das beste Holz für Schnitzer. Ähm, aller Art Schmuckstücke. Unterirdische Bäume? Wisst ihr auch wirklich, wovon ihr redet? Na gut, da überlasse ich euch meine Arbeit. Nichts lege mir fern, als zwischen einem Mann und einem Wald zu treten, soll ich sagen. Ich glaube bitte, dass ihr mich anlügt. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht töten sollte. Unterirdische Bäume? Wisst ihr auch wirklich, wovon ihr redet? Aber sicher. Habe ich euch Anlass für Zweifel gegeben? Natürlich nicht. Alles ist so, wie es sein sollte. Hier gibt es nichts Ungewöhnliches an mir und meinen Lind. Meine Armee und diesen Lind-Fürmern. Worauf wollte ich hier hinaus? Kommt es euch nicht selber komisch, was ihr da macht? Auch eigentlich nicht. Für einen Waldbewohner ist es nicht ungewöhnlich, den Schutz natürlich erhöhen zu suchen. Und erfahrt es zur Hölle. Fange nämlich, dass ihr mich des Lügens verdächtigt und ich bin des Verstellens müde. Nein, ich bin kein einfacher Waldbewohner. Ich richte die Tiere ab, um sie als Wachen einzusetzen. Und da ihr mich beim Training unterbrochen habt, werde ich sie nie für die Miene bereit machen können. Eure Einwesenheit macht sie unruhig. Jetzt werden sie tagelang nicht zum Bändigen sein. Vielleicht, vielleicht kann ich sie ja mit Fleisch besänftigen. Eurem Fleisch. Okay. Der ist aggressiv und hat Lindwurm-Babys. Da sollten wir uns besser drauf vorbereiten. So, einmal ein Gebet sprechen. So. Letzte Form-Babys töten. Okay. Ah, das ist nicht gut. Mist. Das war gar nicht gut. Okay, Yahira. Keine Ahnung, das war die Lungen und Tötische Bäume. Ja. Okay. Nochmal dieselbe, dasselbe, in derselbe Spaß, bitte. Ja, Yahira bleibt dieses Mal aber hinten zurück und bufft auch. Lindwurm kifft es nämlich etwas garstig. Oh, 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 oh. Ihr braucht, ich tu mein Bestes.